Hallo Freunde, hallo YouTube, hier ist wieder euer Hans und ihr werdet ja wahrscheinlich auch den Livestream von mir vor ein paar Tagen gesehen haben, aber ich wollte einfach nochmal Gameplay aufzeichnen und zwar in schön, weil das ja mit dem Livestream nicht so hundertprozentig rüberkommt, wollte ich euch das halt heute nochmal aufgezeichnet präsentieren, in meinem sogenannten Angezockt. So, da ich jetzt schon einiges an Spielzeit habe, ich habe jetzt schon insgesamt 5 Stunden 57 Minuten gespielt, bin schon siebenmal abgekratzt, abgeschlossene Quests, 26,13 Kilometer zurückgelegt und so weiter und so weiter. Bin auch schon 80 Meter hochgeklettert, Wurfhaken habe ich noch keine gehabt, deswegen da auch noch keine Distanz zurückgelegt. Ja und da unten steht noch ein bisschen was, was ich so getötet habe, die insgesamten, da kommen dann noch Kröten, was, eine Kröte habe ich getötet? Okay, na gut, Männer von Raiz habe ich noch nicht getötet, okay, Katastrophenhilfepakete geborgen, genau, also hier kann man so ziemlich deutlich die Statistik abrufen, was man so oder was ich alles schon gemacht habe. So, längste Verfolgungszeit war eine Minute 26, ja, ich glaube, das war im Livestream, da war ich auch, ja, Koop-Partner, genau, war einmal der Mäcki und ja, wir wollen da auf jeden Fall auch mal im Livestream noch ein bisschen was zusammen starten mit mehreren Leuten, mit dir oder vielleicht auch dir, genau. So, einfach da immer mal auf Facebook gucken, wann wir das zocken werden. Ich würde sagen, ich werde jetzt einfach meine Kampagne mal fortfahren und dann werde ich euch ein bisschen was vom Dying Light zeigen. Ich bin nicht überrascht, dass Raiz sein Wort gebrochen hat, aber der GRE lässt mich bestimmt nicht so einfach den Abgang machen und ich muss jede Chance nutzen, an das Antizin zu kommen. Dieses Mal soll ich für ihn Schutzgeld von den Siedlungen im Umkreis eintreiben. Danach sollte er mir besser die Medizin geben. So, also wie gesagt, auf jeden Fall in jede kleine Ecke schauen. Es gibt immer, oh, 42 Zoll. Das ist auch nicht Samsung, das ist hier Saman. Na, guck mal an. Ha, Wortspiel. Ähm, was haben wir hier? Ja. Ach nee, Swaman. Okay, Swaman. Swaman. Stimmt. Ich habe es falsch gelesen. Und das sind auch LED. Hm. LED-TR oder was steht da dran? J-R. Oh, äh, Y-R. Entschuldigung. So, okay, Kiste leer. Da ist natürlich nichts drin. So, der Typ hier, der hat wahrscheinlich auch nicht viel am Start. Ich weiß nicht, ob wir hier auf seinem Hof einfach mal ein Auto öffnen dürfen. Ne, dürfen wir nicht. Okay, wir dürfen hier nichts machen. Das ist hier nämlich, ähm, Rais, den sein, ich sag mal, oh, sein Lager und, und so. Also ich finde die Grafik schon ziemlich geil. Ich hoffe, sie kommt jetzt hier auch dementsprechend rüber. Äh, warum das hier blutig ist, möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Zockt es am besten selber. Dann werdet ihr es wissen. So. Also, ihr seht auf jeden Fall hier ziemlich, äh, schwer gepanzert alles. Im Laufe des Spiels werdet ihr auch mitbekommen, warum das so ist. Weil da draußen sind halt die ganzen, ja, die töten sich auch manchmal selber. Die laufen dann auf irgendwelche Stachel zu. So, was die Steuerung angeht, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Ihr müsst halt mit RB, müsst ihr springen. Aber da werdet ihr ziemlich schnell zu kommen. So, ihr seht schon, die sind immer ziemlich angefressen, die Jungs. Und wenn ihr aber auf, äh, ich sag mal, Erhöhungen seid, wie jetzt hier zum Beispiel auf dem Auto oder da drüben auf so einer Mauer oder Dächern, da kommen die nicht so leicht hoch. Ähm, was ihr allerdings vermeiden solltet, ist Krach. Ach, warum, zeige ich euch nachher. Da gibt es nämlich einige kleine Regeln, die ihr beachten solltet. So, ich muss jetzt, wo muss ich hin? Ach, ich soll da rein, wieder zu diesem Rais. Stimmt. Warum gehe ich denn jetzt raus? Genau. Ich werde, äh, wenn es recht ist, nichts von der Story jetzt, äh, spoilern. Ich werde euch einfach mal ein paar Sachen zeigen. Ah, da, der tötet sich wieder selbst. Ist der Hammer, was die Jungs so machen. So, jetzt vibriert das Pad. Wenn das Pad vibriert, also auf der Xbox One ist es so, dann wird dementsprechend ein, genau, Flugzeug kommen und der wirft diese Kisten ab. Und diese Kisten könnt ihr dann, wenn du schnell genug seid, könnt ihr sie einsammeln. Können wir gerade schauen, wie weit wäre die Kiste weg. Keiner wird mir nicht angezeigt. Ähm, ich gehe mal gerade auf das Menü ein. Das hier ist so gesagt euer Inventarmenü. Das wird mit der Bildschirmtaste geöffnet. Da habt ihr ganz vorne die Karte. Also hier war ich jetzt überall schon. Also das, was so weit aufgedeckt ist. Alles, was noch dunkel ist, wie hier hinten oder hier so die ganzen Kanten, da war ich noch nicht. Alles andere wird halt nach und nach aufgedeckt. So, diese grünen Häuser sind wichtig für euch. Die roten müsst ihr noch einnehmen. Das sind sogenannte Sicherheitszonen. Da können wir gleich mal gucken, ob wir da mal eine säubern. Ähm, da gibt es immer ein paar Zombies, die man erledigen muss. Und dann ist das Ding eigentlich gesäubert. Ähm, kann ich euch gleich mal zeigen, weil das ist nicht so wirklich von der Story irgendwas ausschlaggebendes. So, dann können wir jetzt mal hier einfach mal schauen, was da so los ist. Also wir werden jetzt als erstes mal hier den Typen mal entkommen. Ich habe jetzt keinen Bock auf Schläge und so Mist. So, ihr merkt schon, das ist ziemlich schnell. Das ist auch generell so. Ihr könnt hier so richtige Parcours-Dinge absolvieren. Also wenn dann so viele Dächer sind. Aber wir hatten ja gesagt, wir gehen mal zu diesem... Alter, was willst du denn? Nein, ich möchte kein Heiratsangebot von dir. Lass mich einfach in Ruhe. Du bist hässlich. Nein. Und außerdem fehlt dir ein Arm. Ach ne, dir fehlt kein Arm. Aber trotzdem, guck mal dein Kleid an. Das ist schon total zerrissen. So. Ähm. Lass uns mal gerade auf der Karte schauen. Da drüben. Dann legen wir uns da einfach mal einen Wegpunkt. Das ist also quasi hier direkt dahinter. So. Jetzt haben wir uns einen Wegpunkt gesetzt. Genau. Ich wollte euch das Menü nachzeigen. Also hier sind Quests. Ne? Da könnt ihr dann quasi nachlesen, was ihr eigentlich erledigen solltet. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, damit ich hier nichts spoiler. So. Dann Inventar. Hier könnt ihr Sachen erstellen. Ähm. Ah nein. Inventar ist das, was ihr besitzt. So. Ne? Zum Beispiel hier seht ihr zum Beispiel habt Kaffee oder sowas. Und da seht ihr dann rechts den Wert. Kaffee könnt ihr dann in sogenannten sicheren Häusern, wie was eben gerade bei diesem Rais waren. Da ist es sehr sicher. Da können wir dann Sachen veräußern. Ne? Hier sehen wir jetzt zum Beispiel Kaffee hat 100 Dollar Wert. Da gibt es noch Kippen und was ihr nicht alles so findet. Also die Preise stehen dann immer unten rechts. Es kann aber allerdings sein, dass euch verschiedene Sachen dann in diesen Shops, das sind sogenannte Shops, wo ihr dann hinkt, können wir vielleicht noch einmal hingehen. Ist nichts gespoilertes. Muss ich euch dann mal zeigen. So. Entwürfe. Das ist ziemlich interessant, weil hier könnt ihr natürlich Sachen herstellen. Hier bräuchten wir jetzt zum Beispiel Alkohol und Mull. Dann können wir unser Medikit herstellen. Ist natürlich sehr wichtig. Ihr habt es gerade schon gesehen. Ich bin ziemlich angefressen. Oben links, wo das Herzchen ist. Ich habe noch 35 von normalerweise 125. Genau. Ihre Gesundheit ist niedrig. Suchen Sie nach Lebensmitteln oder versuchen Sie ein Medikit. Genau. Lebensmittel wären natürlich auch nicht schlecht. Dann kannst du das essen. Findest du meistens in so Tankstellen oder in verschiedenen anderen Sachen. So. Um uns zum Beispiel dann was herzustellen, wählt ihr was aus. Klickt dann einfach A. Also in dem Fall bei der Xbox One. Dann könnt ihr Sachen herstellen. So. Wurfsterne sind auch immer ziemlich cool. Also umso schwieriger die Gegner werden, desto mehr werdet ihr wissen, was das ganze Inventar so bedeutet. Wie gesagt, ich will halt nicht so viel spoilern. Ich will einfach nur euch das Spiel ein bisschen zeigen. So. Auf jeden Fall, ihr seht, die Viecher sind immer da. Also es gibt natürlich Orte, wo keine da sind. Ihr müsst euch auch mit denen nicht immer anlegen. Ihr könnt auch gucken, dass ihr denen entkommt. So. Da hinten ist jetzt diese Sicherheitszone, die wir säubern sollten. Das ist diese da. Genau. So. Wir versuchen das mal alles hier. Ihr müsst da aufpassen. Also. Guckt mal. Die haben hier richtig, richtig Terz. Sie wollen alle in den Partybus rein. Kommen sie nicht, weil. Na ja. Ist egal. Aber auf jeden Fall. Da ist eine Zone. Die sollten wir sichern. Müssen wir jetzt mal schauen. Ist das das Haus da hinten? Ich gehe einfach mal hin. Das Schöne ist hier, ihr könnt euch wirklich frei bewegen. Also. Ihr merkt sofort, wenn irgendwo Ende ist im Gelände. So. Jetzt kommen wir zu der Sicherheitszone. Lass mal schnell hier hoch. Ich habe da was gehört. Rechts. So anders. Okay. Nicht wirklich was. Schlimmes. So. Ihr könnt so nahezu fast überall rumklettern. Deswegen. Hier könnt ihr zum Beispiel auch hochklimmen. Also wenn es dann da weiter geht. Ihr wackelt jetzt hier so ein bisschen. Also man muss halt gucken. Da geht es weiter. Nicht geschafft. Okay. So geht es natürlich nicht. Also hier wieder hoch. Dann müsst ihr euch rumdrehen. Dann müssen wir uns das angucken. Ah. Nicht geschafft. Okay. Man sollte das nicht so oft machen. Man fällt natürlich auch runter. Und. Kann sich dann da verletzen. So. Der Kollege will auch was von uns. Wir wollen aber nichts kaufen. Wollen nichts kaufen. Wir wollen eigentlich nur die Sicherheitszone. Sicher machen. Ich wüsste aber gerne mal. Wo sie ist. So. Meistens stehen dann in den Sicherheitszonen auch so. Safe Schilder dran. So. Jetzt müssen wir mal. Hey. Wir wollen nichts von dir. Lass uns in Ruhe. So. So. Ich mal hier. Aha. So geht es. Also wenn ihr irgendwo hochklettert. Müsst ihr immer mit RB gedrückt halten. Jetzt müssen wir mal schauen. Ob wir jetzt hier. Reinkommen wir hier nicht. Okay. Da geht es auch wieder hoch. Da sind sogar Gasflaschen. Gasflaschen sind ganz lustig. Kann ich euch später auch vielleicht mal zeigen. Jetzt muss ich aufpassen. Ja. Ich sollte vermeiden jetzt runterzufallen. Was würde er mir damit sagen? Ach. Geschafft. Okay. Drüben sind wir schon mal. So. Hier kommt es jetzt nicht weiter hoch. Das heißt wir sollten es außen rum versuchen. Ne. Komme ich nicht oder? Ne. Ne. Nichts zu machen. Da ist der Zombie schon wieder. Okay. Dann machen wir einen Platt. Kriegst du ein paar. So. Also wenn ihr die platt macht. Ihr könnt halt auch treten. Dann könnt ihr natürlich zuschlagen. Bis der Matsch ist. Dann könnt ihr die durchsuchen. Meistens haben die Geld bei. Umso schwerer die Gegner sind. Desto mehr Kohle haben die auch dabei. Manchmal haben die auch Alkohol und sowas mit sich. Müssen wir halt mal schauen. Also ich weiß nicht wie ich jetzt da hochkomme. Irgendwie muss es aber hier einen Weg geben. Ich glaube hier von der Seite aus. Das könnte klappen. Na. 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 Okay. Das sieht gut aus. So. Jetzt ein bisschen rüber. Na. Wie gesagt. Ihr könnt eigentlich zu nahe zu überall hin klettern. Müsst halt nur den richtigen Weg finden. So. Mal bei hier hochkommen. Ja. Das sieht ganz gut aus. So. Jetzt kommt es natürlich darauf an was uns da oben erwartet. Mit 35% Energie sollte man natürlich nicht so den dicken Larry machen. Ich denke mal wir müssen ganz hoch. Aber da geht es nicht hoch. Aha. Schau mal einer an. Den sollten wir meiden dem Typen. Oder die gute Dame. Da ist noch einer. Das ist natürlich uncool. Da kommt noch einer. Oh. Jetzt wird es hier voll. Jetzt sollten wir gucken. Dass wir Land gewinnen. So. Wenn die jetzt hier rüber kommen. Also warum die jetzt hier auf dem Dach sind. Frage ich mich jetzt gerade. Aber okay. Wenn die kommen. Dann schmeiße ich es einfach runter. Das ist das Schöne. Ich bin geschützt. Die nicht. Ja. Hast du Pech gehabt. Fällst halt hin. Ja. Wie siehst du? Klatsch. Kriegst du ein paar. Wir sollten die Waffe wechseln. Weil Waffen können auch kaputt gehen. Das heißt. Die sind dann nicht mehr wert. Also nichts mehr wert. Die sind dann am Arsch. Und das war's. Oh. Ich weiß nicht warum wir das jetzt hier säubern müssen. Wir können eh nicht aufs Dach. Nein. Hör auf. Ich bin schon so gut wie. Gut wie am Abfracken. Das Problem ist. Die halten verdammt viel aus. Normalerweise ist das nicht so. Schlitzi. 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 Und Schlitzi. Schlitzi. Jawohl. So. Jetzt haben wir noch einen. Schlitzi. hopefully. Da ist. Moment. Den geben wir eine. What the fuck, ist da hinter mir einer? So, jetzt können wir alle durchsuchen. Sehr gut, Metallteile sind wichtig. Damit könnt ihr eure Waffen reparieren. So, erstmal alles durchsuchen. Kippen haben die auch. Was die mit kippen wollen, frage ich mich heute noch. So, jetzt müssen wir mal schauen. Warum und wo kommen wir hier hin? Ja, okay, die Waffe erstmal reparieren. Das ist wichtig, weil das Ding ist auch ziemlich gut. Das sollten wir uns behalten. Komm schon, springen wir da hoch. Wenn ich hier runterfalle, war es das eh. Ach, Mensch. Kann nicht so schwer sein. Einfach mal so ein kleines Dach hochzuspringen. So. Aha, jetzt sind wir oben. Also doch, gut. Dann ist es hier oben jetzt, was wir säubern müssen. So, es gibt da noch ein paar nette Moves. Die kann ich euch vielleicht gleich mal zeigen. Nämlich, Okay, hier kommen wir erstmal hoch. Damit wir uns erstmal sichern können vor denen. Man kann nämlich rennen und dann gibt es so eine Art Dropkick. Und dann kannst du die Typen halt auch so wegkicken. Das sind so Sachen, die man sich dann später freischalten kann. Je nach Stärke. So, jetzt können wir erstmal hier die Tasche durchsuchen. Ne, können wir nicht. Müssen wir erst erledigen, die Typen. So. Wir müssen aufpassen. Ich werde mal gleich so einen Dropkick anwenden. Das war ein halber. Kein wirklicher. Dafür muss man auf jeden Fall laufen. Das war auch keiner. Ich muss mal aufpassen. Wenn meine Energie ist begrenzt. Ich habe einen Hammer. Der ist eigentlich gut zu gebrauchen. Aber ich muss halt aufpassen. Wenn ich mich hier zu viel mit denen anlege. So, das war einer. Man kann sie natürlich auch austricksen. Indem man die von hinten halt wegkaut oder so. So, das waren zwei. Jetzt haben wir nur noch den einen. Und mit dem werden wir jetzt mal versuchen, diesen Dropkick zu machen. Da war er. Wie im Wrestling. So, dann hauen wir ihn platt. So. Jetzt holen wir uns die Kohle. Dann ist der Typ erstmal außer Gefecht. So. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier. Haben wir die? Ne. Ich muss auf jeden Fall Lebensmittel haben. So, jetzt kann man das Ding hier einschalten. Und dann ist das ein Safe House, wo man sich dann immer aufhalten kann. Und ihr seht, dann steigt man auch im Level, wenn man das macht. Und jetzt ist automatisch auf der Karte. Ist jetzt automatisch aus diesem Haus. Okay, jetzt sind wir gerade da drin. Wird dann später ein Safe House, in dem man sich in der Nacht aufhalten sollte. Xbox ausblenden. Nein. Ich habe mit keinem Wort Xbox gesagt. So, jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt hier die Tasche noch durchkontrollieren können. Ja genau, jetzt kann man sie doch. So. Jetzt kann man hier nämlich Sachen lagern. Outfits habe ich hier keine Art Spottler. Können wir mal machen. Ein bisschen Kleidung wechseln. Super. So, jetzt kann man hier mal ein bisschen was lagern. Ein Wasserrohr würde ich hier lagern. Eine Rohrzange. Ein Franzosen. Ein Klauenhammer. Kann man auch mal hier ablegen. UV-Lampe. Die sollte man nachts dabei haben. Kaffee und sowas, was man halt veräußert, würde ich hier nicht lagern. Es sei denn, ihr seid lange unterwegs und wisst, dass ihr halt später irgendwie erst in dem Shop vorbeikommt. So. Molotov-Cocktails, explodierende Wurfsterne. Das haben wir alles dabei. Die behalten wir auch dabei. So. Hier kann man dann später auch schlafen. Dann kann man bis zur Dunkelheit jetzt pennen oder halt über die Nacht schlafen. Dann ist quasi die Zeit direkt vergangen. So. Jetzt muss ich mal schauen, ob man da irgendwie, kann man bestimmt runterkommen. Ich habe da eben was gesehen. Ach, hier kann man springen. Da sind bestimmt Müllsäcke unten. Ja, genau. Da kann man quasi auf die Schnelle runter. Da ich jetzt aber nicht so viel Energie habe, werde ich jetzt den vorsichtigen Weg nehmen. Ich meine, hier war eine Tür, wo man rein kann und auch runter. Okay. Das hat sich damit erledigt. Das heißt also, oder? Was ist hier? Auch zu. Okay. Ist wahrscheinlich besser, wenn die zu ist. Weil, Nagelbrett nehmen wir mal mit. Das dient immer gut zum Schlagen. So. Jetzt wollen wir mal gerade hier oben was kontrollieren, ob hier irgendwas gibt. Aber wie gesagt, hier war ich noch nicht. Nein, da gibt es nichts. Okay. So. Das heißt, wir springen jetzt da runter in den Müllsack. Hoffen, dass wir den treffen. Sehr gut. Das hat wunderbar funktioniert. Also Müllsäcke dienen immer zum Abfedern. Und wie gesagt, merkt euch eins. Immer direkt wieder auf die Höhe hoch. Weil die Brüder da unten und die Schwestern, die wollen euch immer was an die Wäsche. So. Jetzt würde ich sagen, hier steht jetzt nicht so viel Haus. Da drüben sind ein paar mehr Häuser. Es gibt verschiedene Gegenden. Da sind richtig viele Häuser. Und da solltet ihr euch generell... Da hinten ist, glaube ich, der Busbahnhof. Den ich schon mal gesehen hatte. Da ist nämlich eine kleine Tanke. Genau. Und da könnte man etwas Essbares finden. Da werde ich jetzt mal versuchen. Okay, Mülltonnen immer durchsuchen, Leute. Metallteile zum Beispiel sind immer wichtig. Cooles Zeug. Okay, hier ist zu. Könnte vielleicht... Sie könnten einen Gegenstand herstellen. Okay. Gasflaschen zeige ich euch gleich. Aber erst sollten wir was essen. Bevor wir uns mit den Kollegen da anlegen. So. Kassen kann man immer durchsuchen. So. Wie gesagt, hier in so Schränken sind meistens essbare Sachen. Aha. Direkt mal was Mampfen. So. 42. Alkohol haben wir gerade gefunden. Da gibt es wieder was zu essen. Super. 54. Okay. Lichtfalle können wir jetzt aktivieren. Die sind aber nur für nachts. Das bekommt ihr aber auch später noch erklärt. Und der sieht aber... Cool. Haran. Aha. Die hoch. Da springen Dinge ab. So. Trinken. Geht da was? Ja. Nochmal was essen. Super. So. Jetzt zeige ich euch mal eine Gasflasche. Was die so schönes kann. Dafür sollten wir aber entfernt bleiben. Da ist zum Beispiel ein Kollege. So. Passt mal auf jetzt. Erstmal legen wir die ab. Also ablegen ist anders. Klar. So. Passt mal auf jetzt. Wenn ihr die mit einem Hammer anballert. So. Wie jetzt hier. dann nehmt. Dann wegwerft zu den Zombies. Okay. Hat jetzt nicht funktioniert. Schade. Ihr solltet wie gesagt aber aufpassen. Weil gleich. Wird es lustig werden. Okay. Da ist wieder einer. Äh. Das wird jetzt scheiße. Weil der ist zu nah. Und ich kann mit dem Ding nicht rennen. Jetzt kommen auch diese kreischenden Zombies. Da ist er schon. Das sind die Spastis. die man meiden sollte. Man sollte dann gucken. Und 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 und. Jawoll ja. Das hat sich gelohnt. So. Auf jeden Fall was hohes finden. Aber jetzt kommen diese schnellen Zombies. Das sind die. Die man tagsüber beiden sollte. Die habe ich hier zum Beispiel. Und die können euch auch voll folgen. Ja. Ihr seht. Die klettern dann auch hoch. Es können auch mehrere werden. Als einer. Einen haben wir ja gerade schon gekillt. Müsst ihr halt ein bisschen öfters drauf ballern. Und dann sind die aber auch platt. Das Gute ist. Man steht dann einfach hier oben und wartet. Bis die hochkommen. Schön den Kopf weggeballert. Super. So. Auf jeden Fall. Also Lärm. Deswegen vermeiden. Ich habe es euch jetzt gezeigt. So. Hier liegen auch wieder jede Menge Gasflaschen rum. Aber wie gesagt. Gasflaschen sind zwar funny. Aber nicht so funny. Dass man danach dann. Ja. Besuch kriegt. Oder Besuch haben will. So. Wir sollten. Also wie gesagt. Ihr könnt wirklich überall hin. Es ist halt sehr 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 geil. So. Was ist das hier? Ach. Das ist dem Dingens sein. Quartier. Von dem Raiz. Aber wie gesagt. Story wollte ich jetzt nicht spoilern. Halt ab. Hier. Weg. Weg. Ja. 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 Komm. Verzieh dich. Spiel mit dem anderen. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. So. Ihr habt natürlich auch eine Taschenlampe. Mit der Taste nach oben. Könnt ihr die aktivieren. Okay. Hier sollen wir wahrscheinlich nicht sein. Deswegen gehen wir mal zurück. Was macht der hier? Legt sich. Ach nee. Der hat Hunger. Ah ja. Hier. Das ist so ein bisschen wie aus. Ja. Ja. Ist ja gut. Ich will nur das. Was? Was? Nein. Nein. Oh. Na gut. Da bin ich halt mal gestorben. Ja. Freunde. Ich. Okay. Hier kann man jetzt noch ein bisschen. was sehen. Aber das würde ich euch jetzt nicht so spoilern. Das sollte jetzt erstmal nur ein kleiner Einblick sein. Was so in Haran eigentlich abgeht. Also in Dying Light. In der Stadt Haran. Wie gesagt. Habt ihr euch. Also haltet ihr euch draußen auf. Nehmt auf jeden Fall Waffen mit. Ihr könnt Fahrzeuge öffnen. Wenn zum Beispiel der Kofferraum zu ist. Ihr könnt Autos wo der Kofferraum zu. Ah okay. Der war offen. Wo der Kofferraum zu ist. Die könnt ihr öffnen. Oder ihr müsst sie halt knacken. Knacken. Dann mit Dietrich. Und äh. Also da wird es richtig lustig. So. Da hinten sind mir leider zu viele Zombies. Weil da steht ein Polizeifahrzeug. Ihr könnt euch schon mal merken. Polizeiautos auf jeden Fall knacken. Da ist immer viel und interessanter Shit drin. Nehmt und Mülltonnen. Ganz wichtig. Immer durchsuchen. Mülltonnen sind immer so Kleinigkeiten. Schnur. Metallteile. Ähm. Die man auf jeden Fall braucht. Das ist ganz ganz wichtig. So. Wir können mal schauen ob hier irgendwo. Hier steht eine Karre. Äh. Ne die ist offen. Ich dachte schon da wäre irgendwas. Aber ist nix. Okay. Also das ist so. Was man sich auf jeden Fall merken sollte. Autos kontrollieren. Ähm. Ja. Dann Zombies meiden. Habt ihr auch gelernt. So mal gucken wir mal hier. Kommen wir auf jeden Fall über die Bahn. Schienendinger drüber. Na komm schon. So. Zu dick. Kommen wir nicht durch. So. Hier äh. Die zwei Kollegen die. Warte mal. Was hat der denn da in der Hand? Dass ich das Ding haben will. Ist ja wohl klar. Ne. Ja. Komm mal her. Also das ist natürlich auch geil. Ihr könnt natürlich dann Sachen. Wenn ein Zombie das hatte. Könnt ihr euch das natürlich. Nehmen. Jetzt müssen wir. Oh der hat auch was leckeres. Ist ja nicht schlecht. Das wusste ich noch gar nicht. Dass es solche Zombies auch gibt. Die damit so Shit rumlaufen. Oh schade. Jetzt fällt er durchs Loch durch. Aber. Den will ich haben. So. Da kommt schon der nächste. Mit dem Nagelbrett verprügeln. Mit dem Messer aufschlitzen. Und so weiter. So. Hier warte mal. Wir haben natürlich auch nach links ein Menü. Wenn du es gedrückt hältst. Ne. Hast du Monotov Cocktails. Wie er jetzt hier zum Beispiel. Und dann kannst du mit dem LT gedrückt halten. Dann wirfst du den halt einfach zu. Und dann hat sich das erledigt. Ne. Der macht jetzt einen auf Grillwürstchen. So. Auf jeden Fall solltet ihr auch das Feuer meiden. Weil euch das auch Schaden zufügt. Wie gesagt. Ihr könnt natürlich Zombies ausweichen. Ihr müsst mit denen euch nicht anlegen. So. Ich suche gerade. So einen. Der. Ein bisschen anders aussieht. Als alle anderen Zombies. Gibt da nämlich ein paar. Gibt da nämlich ein paar. Achso. Das Stachel da unten. Um diesen. Also die. 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 Die Spitzen. Um diesen Pfeiler herum. Die sind sehr lustig. Weil da könnte ich jetzt Zombies gegenkicken. Oder die laufen auch dagegen. Und sterben da dran. Ist auch ganz cool. So. Aha. Das hier. Okay. Da ist ein Kofferraum. Der zu ist. Da ist noch einer. Der zu ist. Jetzt könnt ihr die. Ablenken. Ich habe jetzt leider. Keine Böller bei. Es gibt Böller. Die könnt ihr euch herstellen. Da könnt ihr die mit ablenken. Da hinten ist ein Polizeiauto. Das ist verschlossen. Passt auf Freunde. Das zeige ich euch noch. Wie man das eventuell knacken kann. Ich will jetzt nur erstmal ungesehen dahin kommen. Okay. Hier ist nichts los. Okay. Weil in so Polizeiautos sind immer coole Scheiße drin. Okay. Okay. So. Versuchen wir die mal zu knacken. So. Sehr schwer habt ihr gesehen. Jetzt müsst ihr mit dem linken Stick. Müsst ihr jetzt den Dietrich so drehen. Ihr habt nur oben, unten, rechts, links. Das Pad darf nicht vibrieren. Sobald das Pad vibriert in die Richtung, wo ihr drücken wollt, ist es direkt vorbei und dann könnt ihr es lassen. Dann brechen auch die Dietriche ab. Dietriche können daher aus Metallteilen super schnell hergestellt werden. Also das ist kein Problem. Jetzt versuche ich gerade die Stellung zu finden, wo es nicht abbricht. Ah ja. Ja, ja, ja. Also es wird dunkel, Freunde. Das heißt, man sollte, wie schon erwähnt, auf jeden Fall safety first. Sich auf jeden Fall was suchen. So, hier scheint das Schloss zu gehen. Ah, okay. So, genau. So werden Schlosser geknackt. Also links einstellen. Polizeiautos. Und ihr seht es, da sind immer geile Scheiße drin. Gladiator. Das sind so Sachen, womit ihr Sachen herstellen könnt. So, jetzt wird es wirklich dunkel, Freunde. Jetzt solltet ihr entweder euch schnell ein Safehouse aufsuchen. Hier ist noch ein Safehouse. Sicherheitszone. Ich glaube, da werde ich hingehen, wenn ich da hinkomme. Weil, wenn es Nacht wird, wollt ihr nicht hier draußen sein. Und ich auch nicht, weil ich kenne es. So. Auf jeden Fall Richtung Sicherheitszone. Den Arsch bewegen. Oh, oh, das war zu spät. Ihr seht die roten auf der Karte da unten. Die solltet ihr auf jeden Fall meiden. Auf jeden Fall. So. Und ich würde sagen, das soll genügen, Freunde. Ich will euch jetzt hier nichts spoilern. Weil, ihr solltet es selber sehen. Ja, okay. Den Schlitz meint dann auf, wenn er es braucht. Und dann hat sich das erledigt. Ja. So. Dann können wir die Taschenlampe mal einschalten, damit wir ihn besser sehen, den Pisser. Oh, ich glaube, der macht uns platt. Ja, das wird nichts. Da sterben wir. Gut. Ich würde sagen, Freunde. Ich glaube, ich habe euch genug gezeigt. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Weil das einfach, also das Spiel an sich, ich will nichts spoilern, aber das Spiel an sich hat so viel Potenzial, so viel zu entdecken. Ähm, es macht einfach Spaß. Und, ja. Ich denke, jeder Zombie-Freund wird daran seine Freude haben und seinen Spaß finden. Weil es gibt echt jede Menge Scheiße zu kriegen und zu machen. Und ich habe jetzt gerade mal, ich glaube, sieben Prozent vom Spiel. Moment. Ich glaube, ich hatte sieben Prozent. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht mehr, wo es genau stand. Aber auf jeden Fall hatte ich, ja, zehn Prozent der Story. Oben rechts könnt ihr das nachlesen, was ich gerade habe. Also, wie gesagt, für mich, ähm, ganz klar, also kein Fehlkauf. Es macht echt Fun. Man kann es immer spielen. Das ist jetzt nicht irgendwie gebunden, dass man das, äh, durchzocken muss oder so. Man kann es im Koop spielen mit vier Freunden. Online, versteht sich, ne. Man kann dann auch Quests erfüllen und verschiedene Aufträge. Und, ja, ich würde sagen, Quatsch mal einfach nicht lange rum. Das war mein Angezockt. Krieg von mir einen Daumen nach oben. Das Spiel ist auf jeden Fall seine Kohle wert. Und Techland hat gute Arbeit geleistet. Also, die Macher von, äh, Dead Island, wer es noch nicht weiß, ist ebenfalls, äh, Techland gewesen. Und, ja, Warner Brothers ist der Publisher. Und in diesem Sinne sag ich schon mal, euer Hans ist raus. Und wie gesagt, Kaufempfehlung. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und, ja, ansonsten, man hört sich und sieht sich. Alles klar, Freunde. Cheers.